hallo nummer 19 wo die patrizia das gemacht hat hat sie mit mir dann über whatsapp gerade geredet also hin und her geredet und hat sie gesagt auf das ist sie besonders stolz und das gefällt ihr total gut und ist super schön und ich war dann schon mega gespannt drauf ich hab sie dann wo in adventkalender krieg habe schon gesehen ich weiß natürlich noch nicht was drin ist aber da hat sie so ganz am kohlenverschluss hat sie daher genommen und das schachtel ist soweit die das jetzt verstanden habe aus einem fehler ihrerseits so entstanden weil sie entdeckungsplan gemacht hat und das dann aber euch schön verziert hat und so deswegen hat es auch gedacht gut sie tut denn jetzt einfach dahinten verbinden martin vorne den coolen verschluss drauf gemacht ja das anhalt auch wieder ganz vieles ich im post es sein so papier schnitzel buchseiten drauf doch nicht ja sehr sehr cool und mit dem spitzenband hat sie das dann mehr oder weniger verbunden und der witzige zufall was man danach festgestellt haben beim adventskalender den ich für sie gemacht habe gefällt mir auch als Sackerle nummer 19 am besten ja ist wieder ein witziger zufall gut und jetzt gehen immer da aufmachen also ja es raschend jetzt muss ich das mal einmal 2g fürs reingestempelt und da sind zwei metall dosen drinnen müssen die net die hieß schien oh mein gott ist die schien lavendel trau home sweet home voll cool das eine noch kleiner als die die was ich mir geschickt habe have a nice day die hat und kaffee in der hand jetzt mal jetzt erstes auf weil das ist oben kleben ich will nur ein zielig alles das sind so tropfenförmige bellen kann man sagen aber auch draht wo ich sofort eine idee habe für was ich schmetterlings also ein bisschen größeren schmetterling stempel und den dann wirklich auf linie ausschneid ich das mit die schüler ja oft schwierig aber dann kann ich das als füller hinter dem stempel abdruck also man muss deshalb so kann ich das hinter dem stempel abdruck als füller ein tun bis zwehmann ist man jetzt schon spontan eingefallen die sind voll cool die sind voll cool die sind mega danke danke musiert schuss auf ach gott die von weiß und die gleichen in rosa ich habe ganz viele schmetterlings fühler jedoch so gut wie keine schmetterling stempel also wenn mein kanal verfolgt was wie viel schmetterling stimmt ich kann das schmetterlings farm aufmachen mit meinen schmetterling stempel seien die nett wenn ich ein bisschen überlegt fallen mir auch noch andere sachen ein aber mir ist spontan das mit die schmetterlings fühler eingefallen und ich finde das total lieb wenn man kann aber nur so ein mandel stempelt danke schön die sind voll die sind voll super ich habe schmetterlingspüller 22 kisten voll schmetterlingspüller habe ich und die schiene box ich finde dann für schluss cool aber dann hast du drauf da ist er geklebt da kriegte eigentlich geschraubt durch ihn geklebt dass der so gut ein papier hat jetzt habe ich ihn verdrücken müssen es ist einfach schon sehr spät dann warst du heute mit den advent kalender um das muss überlegen 8 uhr 30 gabi also für die was die videos jetzt wirklich wieder in der frühe schauen um 8 uhr 30 kind normaler video online ein mischhall und zwar ja so alles was ihr die letzten paar wochen irgendwo bei uns in geschäften kraft hat ja dann einige ist der nette sachen dabei also wer zeit hat und sonst ja video läuft ja nicht davon in dem sinne schau es halt am oben oder sparta oder wie lustig seid gut ansonsten nutzen wir doch ein menschen wieder einschalten dort zu den advent kalender türchen ich wünsche euch dabei noch einen schönen tag einen schönen ordend was er immer es gerade hat und bis morgen vielleicht tschüss bis zum nächsten Mal